Hallo liebe Kampfsportfreunde, wir möchten euch mit der DKKO dieses Jahr wieder ein Top-Event präsentieren. Am 31.05. findet in der Wieltalhalle zum vierten Mal unser Storm-Event statt. Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen. Freuen uns natürlich, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Mein Name ist Adolf Kojuncu. Am 31.05. werde ich in Biel auf der FC Storm Fight Night campen und werde mein Kampffight geben. Ich werde mein Bestes geben, so wie immer. Ich freue mich schon auf den Kampf. und Osten! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018